Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute wollen wir uns den Beweis für dieses komische Verfahren, ey, mal hier angucken. Der soll nämlich CPA sicher sein, beziehungsweise das Verfahren soll CPA sicher sein. Was heißt nochmal CPA? Kurze Wiederholung. Chosen Plain Text Attacks bedeutet, der Angreifer bekommt von uns ein Verschlüsselungsorakel. Das heißt, er kann verschlüsseln und zwar zu beliebigen Nachrichten M. Naja, bei der asymmetrischen Kryptografie ist es ein bisschen anders wie bei der symmetrischen. Bei der symmetrischen war das ja schon ein ziemlich starkes Angreifermodell. Der konnte einfach irgendwie uns dazu manipulieren, dass wir irgendwas für ihn verschlüsseln. Beim asymmetrischen ist es immer der Fall. Das heißt, jeder kann, wenn er mir eine Nachricht schicken möchte, mir verschlüsseln. Denn er kennt ja meinen Public Key. Der ist ja Public, wie der Name schon sagt, Public Key. Und das bedeutet, ein Angreifer ist immer CPA-mächtig. Also er kann immer Sachen verschlüsseln, die er möchte. Und das ist ein ziemlich krasses Angreifermodell eigentlich, denn er hat ja meinen Public Key. Und der Verschlüsselungsalgorithmus ist ja öffentlich sozusagen. Der Public Key auch. Das heißt, jeder kann für mich verschlüsseln, auch der Angreifer. Und deswegen ist CPA-Sicherheit wirklich sehr, 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 sehr grundlegend, damit ein Verfahren überhaupt irgendwie existieren kann. Denn wenn es nicht CPA-sicher ist, dann bringt es mir überhaupt nichts, weil es kann ja jeder für mich verschlüsseln. Okay, schauen wir uns das Ganze mal genauer am L-Gamal-Verfahren an. Was wir machen wollen ist, wir wollen dieses L-Gamal-Verfahren hier reduzieren, mit einem Reduktionsbeweis von den Spielen, auf dieses Problem hier. Das war das DDH, der Decisional Diffie-Hellman. Und auf das wollen wir das Ganze jetzt reduzieren. Das heißt, ich werde mir das hier einfach mal kopieren. Copy. Und ich werde es hier einfügen unten drunter. Einfach mal Paste drücken. So, und jetzt haben wir im Prinzip schon einen Großteil davon. Nur, dass wir jetzt dieses A hier selbst darstellen. Und wir wollen, dass wir dieses A hier noch ein bisschen modellieren können. Na, komm schon, gib mir dieses A. So, ich schiebe das nochmal ein bisschen hierher, damit unser A noch größer werden kann. Was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen dieses A, diesen Angreifer hier, wollen wir selbst so ein bisschen spielen. Und wir benutzen ein möglicherweise, so, jetzt habe ich es aber, wir benutzen einfach die Tatsache, dass das ganze Ding, also, dass die Gruppe, auf die wir hier dieses Verfahren gebaut haben, dass die, ähm, das DDH-Problem nicht effizient lösen kann. Also, dass niemand da irgendwie, ähm, D-Logs ziehen kann und so weiter. Und am Ende kommen wir dabei raus, dass, wenn jemand hier entschlüsseln kann, obwohl er, ähm, eigentlich DDH nicht brechen kann, aber er kann entschlüsseln. Wir nehmen einfach an, so jemanden gibt's, das haben wir schon mal gemacht. Und wenn es so jemanden gibt, dann sagen wir, okay, dann kann aber auch ich den DDH brechen. Und das ist sozusagen ein Widerspruch und kann somit nicht sein. Okay, also, lang gelabert. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen zu viel gelabert. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu erklären. Ähm, im Prinzip bauen wir uns wieder mal hier drin noch einen Angreifer 2. Also, sozusagen ein echtes A und wir sind nur A Strich. Na, das will ich da aber nicht stehen haben. Ähm, sonst blockieren wir hier alles. Das hier ist A Strich und A Strich möchte das DDH-Problem brechen. A kann, wir nehmen einfach an, er kann's, A kann das Problem oder den L-Gamal brechen. So, ähm, was wir jetzt also machen, ist folgendes. Eigentlich gar nicht so schwer, ähm, eigentlich sogar ziemlich trickreich. Und zwar, wir sagen jetzt folgendes. Ähm, wir nennen dieses G hoch X mal Y hier einfach mal H, okay? Das können wir ja einfach machen. Und dieses G hoch Z hier unten nennen wir auch H. Wir bekommen ja hier im Prinzip von unserem Challenger, boah, das sieht jetzt echt unschön aus. Ähm, tut mir leid. Ich schiebe das hier einfach mal ein bisschen weg. Das brauchen wir nämlich nicht so dringend. Und dieses B, das ist ja immer dasselbe, das kennt ihr ja alles noch. Okay, ähm, was wir von unserem Challenger hier bekommen, ist ja ein Viertupel. Also vier Zahlen, nämlich ein G, von dem wir wissen, dass es der Generator ist. Wir kriegen ein G hoch X, das wissen wir auch, dass es G hoch X ist. Wir kriegen ein G hoch Y und wir bekommen ein H, ein letztes Element, das entweder G hoch X mal Y ist, oder es ist G hoch Z. So, und jetzt können wir folgendes tun. Wir haben ja im Prinzip alles, was wir brauchen. Wir sagen jetzt dem Angreifer, ähm, hier hast du meinen Public Key, den können wir uns ja einfach generieren. Denn der Public Key, der besteht ja aus G, Q, kleinen G, also dem Generator, und G hoch X. Also Groß G können wir auch noch annehmen, bekommen wir von, von unserem Challenger hier bei dem Spiel. Und, ähm, wir können uns sozusagen den Public Key selbst bauen. Okay? Das ist ja kein Problem, denn wir können ja hier, H haben wir ja bekommen, G hoch X ist ja alles da. Das ist ja da. Okay, also wir, wir schicken sozusagen unserem Angreifer A, den Public Key, und damit kann der dann, äh, verschlüsseln, so viel er möchte. Also er kann quasi, er kriegt dieses Enk-Orakel gratis dazu. So, und jetzt wird irgendwann mal der Angreifer uns eine Nachricht schicken. Das ist, falls ihr euch ans CPA-Spiel erinnert, war das immer so. Ähm, der Angreifer wählt die Nachrichten, und wir wählen uns dann eine aus. Gut, also wir kriegen hier von unserem Angreifer, ich schreibe es mir in der Extra-Textbox hier, ähm, ein M0, wie immer. Und, wir kriegen ein M1 von ihm. Und wir dürfen uns jetzt hier zufällig eins wählen. So, ich mache jetzt das Ganze hier nochmal ein bisschen weg, damit ihr, ich glaube, es ist klar, dass wir hier durch H entweder G hoch X mal Y oder G hoch Z bekommen, und ich brauche den Platz jetzt dringend. Deswegen werde ich das hier jetzt mal weg machen, und wir bekommen hier einfach nur dieses H. So, und jetzt kann ich nämlich die Box hier auch ein bisschen breiter machen. Und, so, jetzt sind wir wieder da. Okay, ähm, also wir bekommen jetzt hier von unserem Angreifer diese zwei Challenge-Nachrichten. Wir ziehen uns wieder unser zufälliges Bit B, das ist dann B aus 0,1, wieder mal perfekt zufällig, 0,1. So, und was wir jetzt machen, ist, wir verschlüsseln einfach mit diesem H. Also, dieses Ding hier können wir ja ganz einfach benutzen. Was wir also machen ist, wir sagen hier drin, okay, hier bekommst du von uns, also unser Schiffrat besteht ja immer aus C1 und C2, wobei C1 G hoch Y ist, also, das können wir ja machen, das wissen wir ja, das ist ja alles kein Problem. G hoch Y bekommen wir ja hier, also C gleich G hoch Y, das kennen wir ja, das ist ja immer der dritte Parameter. Und jetzt nehmen wir dieses H, das ist ja G hoch X mal Y, oder aber es ist G hoch Z, und G hoch Z ist perfekt zufällig. So, das heißt, dieses H ist schon eigentlich ein G hoch X mal Y. Wir nehmen jetzt einfach mal an, das ist G hoch X mal Y, aber G hoch X mal Y ist ja dieses H hoch Y, was wir hier haben. Denn H war ja hier G hoch X. Das heißt, hier steht G hoch X mal Y, okay? Das heißt, wir nehmen jetzt einfach dieses H, was wir bekommen haben, und multiplizieren das Ganze hier drauf. Achtung, das H hier ist nicht dasselbe H wie das hier oben. Das ist ganz wichtig. Das hier, das H hier, ist nur G hoch X. Das H hier ist entweder G hoch X mal Y, oder es ist G hoch Z, wobei G hoch Z perfekt zufällig ist. Ich wiederhole mich wahnsinnig, aber ich glaube, das muss ich auch dieses Mal. Das ist nicht gerade einfach. Okay, also nehmen wir dieses H von hier drüben und multiplizieren die Nachricht M dran. Wie gesagt, dieses H hier ist G hoch X mal Y, oder es ist G hoch Z, perfekt zufällig. Gut, und jetzt schicken wir ihm einfach dieses Schiffrat zurück. Das heißt, er bekommt C. So, komm schon. Ach, Mann, oh. Jetzt habe ich es. Okay, also er bekommt dieses Schiffrat C zurück. So, und jetzt kann der Angreifer ja per Annahme, wir nehmen ja einfach an, er kann dieses L-Germal-Verfahren brechen. Das heißt, er liefert uns jetzt hier was zurück. Und was der uns zurückliefert, wir haben jetzt hier ja zwei Fälle. Entweder ist H, G hoch X mal Y, oder es ist G hoch Z. So, im ersten Fall, G hoch X mal Y, ist es ja genau so, als hätten wir mit dem Anc-Algorithmus hier perfekt verschlüsselt. Okay? Das heißt, am Ende kommt ein normales Schiffrat raus, was zu diesem Public Key dazu gehört, was zu meinem Secret Key dazu gehört, ganz normal, wie immer. Das heißt, er kann perfekt entschlüsseln, unser Angreifer. Denn er kann ja das Verfahren brechen, nehmen wir ja an. Das heißt, er liefert uns ein B' zurück. Und wenn dieses B' hier mein Verfahren bricht, also mein L-Germal-Verfahren, das heißt, wenn er wieder die Nachricht M rausbekommen hat und hier sagen konnte, okay, es war entweder M0 oder es war M1, dann hat er mein Verfahren gebrochen. Sprich hier, dieses H war G hoch X mal Y, also das hier. Ja? Das passiert aber nur, wenn er sich sicher ist, dass er vernünftig entschlüsselt hat. Sprich, dieses B' korrekt ist. Und was wir jetzt hier zurückgeben, ist folgendes. Wenn B gleich, also dieses B hier, wenn B gleich B' war, dann geben wir 0 zurück. Und sonst geben wir 1 zurück. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. Ihr seht jetzt hier noch ein bisschen was. Wir haben hier gesagt, wir bekommen, dazu springe ich mal hier hoch. Wir haben gesagt, wir bekommen hier von unserem Challenger G hoch X mal Y, falls B gleich 0 ist und G hoch Z, also ein perfekt zufälliges Z, falls B gleich 1 ist, okay. Und hier sagen wir jetzt, okay, wenn der Angreifer unser ganzes Verfahren brechen konnte, sprich, wenn er vernünftig was machen konnte, dann steht hier, dann war dieses H ein G hoch X mal Y. Und wenn er es nicht brechen konnte, denn wir nehmen ja an, er kann es, wenn er das Verfahren nicht brechen konnte, dann steht hier ein G hoch Z. Denn dann war ja der Angreifer, der ja eigentlich Erfolg hat, war erfolglos. Sprich, dieses Ding hier hat nicht irgendwie zusammengehört. Und was wir jetzt hiermit gemacht haben ist, wir haben unser D, D, H Problem gelöst. Denn wir konnten ja jetzt entscheiden, ob dieses H, was wir hier bekommen haben von unserem Challenger, wir konnten entscheiden, ob das G hoch X mal Y ist oder ob das Ganze einfach ein G hoch zufälliges Z war. Und das haben wir alles nur gemacht mit einem Angreifer, der das L-Gamal-Verfahren brechen konnte. Wenn es so einen Angreifer gibt, dann können wir den so benutzen, dass wir das D, D, H Problem knacken können. Aber wir können das D, D, H Problem ja gar nicht knacken. Das ist ja komplett schwachsinnig, denn wir haben ja angenommen, dass das D, D, H Problem hart ist. Das haben wir ja bewiesen. Und unter der Annahme, dass das D, D, H Problem hier hart ist, kann es also einen solchen Angreifer A überhaupt nicht geben. Und deswegen sagen wir, dass dieses L-Gamal-Verfahren hier, was wir uns hier oben konstruiert haben, dass das sicher ist. So, geschafft. Das war ein Hardcore-Beweis. Eigentlich gar nicht so Hardcore, im Prinzip war er noch fast human. Ich hoffe, es hat euch mega gefallen und ich hoffe, ihr kam trotz meinen komischen Zeichnungen klar. Vielleicht wird es klarer, wenn ihr hier mal selber euch alles aufmalt und dann den ganzen Beweis nochmal von vorne durchgeht. Wichtig war vor allem, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dann machen wir wahrscheinlich weiter mit RSA. Mal gucken, aber ich war es noch nicht sicher. Okay, bis dann. Ciao.